Immer wieder, gehen wir immer wieder, immer wieder, ein Trisch. Morgen wird es das erste Mal spannend. Das Spiel gegen die Kuraten steht an und ich hoffe, dass wir die Burschen aus dem Stadion schießen. Die Kuraten werden zwar nicht sagen, dass sie uns unterschätzen und da glaube ich, dass das Gute in dem Spiel ist. Ich denke, dass die Kuraten definitiv meinen, wir können den Ball maximal aufpumpen. Also so ist es sicher nicht. Wir werden garantiert auch den Ballen anständig weiterspielen können. Und deshalb, wie viel Prozent wir Chance haben, ist man da gleich. Wichtig ist, was am Ende das Endprodukt und wenn wir da den Dreier-Fuhrenstuhl haben, also die Punkte und Zoll, dann bin ich bei uns zufrieden. Auf jeden Fall sollten wir schauen, dass man zumindest, was gegen die Malteser nicht so funktioniert, dass man zumindest nach vorne spielt, meistens nach hinten. Da müssen wir sich schon einsteigen, weil, was wir gegen die Malteser abgeliefert haben, und da können wir wahrscheinlich nicht einmal die Boogie-Woogie-Truppen von meiner Tochter im Kindergarten schlagen. Und jetzt spielen wir gegen die Kuraten. Der eine Spieler wird wahrscheinlich die ganze Nacht nicht schlafen können. Der andere wird wahrscheinlich gar nicht aufwachen wollen. Zu meiner Zeit eigentlich war ich vor dem Spiel sehr, sehr entspannt. Das Wichtigste war für mich nur, dass ich vor meinem Zimmerpartner eingeschlafen bin, weil der dermaßen geschnarcht, dass ich dann eigentlich am nächsten Tag sich ja keine gute Leistung abliefern habe können. Aber das ist mir eigentlich immer gut gelungen. Und den Andi Ivenschitz würde mir wünschen, dass er seinem Bub, Ilija, am Sonntag vor dem Fototag ist, dass er einem ein Geschenk macht, indem er den Kuraten zwei Tore reinlegt. Applaus